Eins, zwei, drei, vier, fünf, stecken, eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, was machen wir hier? Der Grundgedanke ist, dass beide einem Zornhau aufeinander zutreten und man den anderen, indem man fühlt, wer reich und wer hart ist, umläuft, würde ich mal sagen. Ich bin mal reich. Ich kann meinen Vorschlag nach hinten fallen lassen und sie dem Hals schneiden. Sie will das natürlich nicht, den Wechseln gibt zurück. Ich will das natürlich nicht und versetze das. Und jetzt bin ich in der Position, um sie dem Hals zu schneiden. Und jetzt bin ich in der Situation, wo ich mich zurückziehen kann und sie stechen kann. Und idealerweise vielleicht so im Boxen. Dann bin ich nämlich noch geschützt. Ich steche es wieder im Gesicht. Nächster Schritt. Wenn sie das natürlich auch nicht will, versetze ich mir das mit der kurzen Schneide und kann jetzt mit einer einfachen Bewegung, so ähnlich wie ich vorhin, quasi mir den Hals schneiden. Meine Erwiderung darauf ist im Prinzip eigentlich genau dasselbe, was sie aufgemacht hat. Ich drehe zurück, drücke sie hier runter und schneide ihr durchs Gesicht. Ja, das ist das Spiel. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, das ist es selbst genommen.